Das Augustiner Kloster Es wird außerhalb der alten Stadtmauer in der Nähe des Wohngebiets. Es wurde 1638 vom berühmten Werkmeister Francesco Manulli aus Corigliano-Dotranto gebaut. Wunderschön sind die Skulpturen der Fassade der Kirche des Carmine, die die Geschlechtlichkeit des berühmten Lecesa-Bildhauers Giuseppe Zimbalo, der auch Lo Zingarello genannt wurde, beweist. Geometrische Gestalten und Blumenmotiven mischen sich miteinander und werden von einem intensiven Barock-Dynamismus im Schwung gebracht. Das Kloster wurde jahrhundertelang von der Gemeinschaft der Augustiner Padres belebt, die sich schon im 16. Jahrhundert in Melpiniano durchsäckten. Das Augustiner Kloster war eines der wichtigsten Apulins und für die Erziehung des Jugendlichen und für die Latinisierung und Romanisierung des Glaubens sehr aktiv. Vergessen wir nicht, dass der Salento jahrhundertelang griechisch-orthodok gewesen war. Es wurde 1089 im Zuge der Säkulisierung Napoleons abgeschafft und wurde danach der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Kürzlich wurde das Kloster restauriert und besticht nun wieder für seine Schönheit. Jedes Jahr findet Ende August auf dem offenen Gelände vor dem Kloster das berühmte Open Air Festival Norte de la Taranta statt. Kürzlich wurde das Kloster der Säkulisierung Norte de la Taranta statt. Kürzlich wurde das Kloster der Säkulisierung Norte de la Türen gegründigt. Kürzlich wurde das Kloster der Säkulierung Norte de la Taranta 1997.